Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Wie nennt man es, wenn 3 einarmige Kartenspielen? Mission Impossible! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Gebt mir ein Abo und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Und bis bald. Danke.